Gegen ihn. Dann haben wir es. Glaube ich. Bro. Die Taktik kannst du jetzt aber auch nicht bringen. Du kannst dich jetzt nicht auf dem Turm verstecken. Hab ich am Anfang auch kurz gemacht, um den Beacon da aufzustellen. Aber du... Also du darfst das jetzt halt nicht. Vielen Dank.